Nächste Teil ist, glaube ich, schon der dritte Teil. Oh, Kacke! Wir müssen diesen Patzer ausschalten. Marlo, wir brauchen was anderes, um den Patzer auszuschalten. Sieh zu, dass du was findest! Jetzt müssen sie... Gut gemacht. Wir sammeln uns beim Rauch-Signal. Tut gut, was? Ich erinnere mich noch an meinen ersten Panzer. Oh nein, Mundauto, Leute. Warum du das nicht hier oben nicht sehen musst? Oder vorne? Ach, egal. Bravo, One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Luftunterstützung ist unterwegs zu euch. Zieht die Köpfe ein und wartet auf den Vogel. Out! Bravo, One Charlie, hier ist Super Six Five. Bin unterwegs zu eurem Einsatzgebiet. Halte durch. Out! Bravo, One Charlie, Landestune in Sicht. Bleibt zurück. Out! Hier ist Six Five. Bin getroffen! Bin getroffen! Scheiße, wir haben den Heli getroffen. Ich weiß hier, Maschine steht auf, gehe runter! Scheiße! Shit! Wir sind wieder auf uns allein gestellt. Scheiße, ich hab's gewusst! Bravo, One Charlie, wir haben Probleme, einen Helikopter zu ihrer Position zu bekommen. Sie müssen noch eine Weile allein durchhalten. Wie ist Ihr Standort? Ja? Ist over. Wir sind einsatzbereit, over. Rücken Sie weiter vor. Leute, es tut mir leid, dass das jetzt so ein 2-Minuten-Teil nur ist. Aber ich muss jetzt leider was anderes machen und dann gibt's noch ein Teil.